GTA mit Joel erstmal ne kleine Ecke Überlebenskampf Ja ich hab halt nur ne Pistol ne Ja du kannst Waffen aufsammeln Was war nochmal in Deckung gehen? LD, äh B, nee RB RB Bei mir, du brauchst mir doch nicht Ich hab ja kein Pad Oh das war keiner Ne, das war ne Unschuldige Ah ja, cool Da hinten kommen die ersten Der Bein erledigt Oh da hinten ist einer durchgerannt Yeah Joel, nur mit der Pistol Ja Jetzt kannst du vorrennen dir Waffen, nee du noch nicht Oh, ich noch nicht Doch, kannst du auch machen Kann ich da nicht drüber springen? Und jetzt kannst du dir Waffen checken, Waffen ziehen und ne Panzerung siehst ja auf der Karte Mach den letzten Welter eins Oh ich hab nur vier Kannst du dir jetzt die Waffen snacken Wo du denkst, dass du brauchst und ne Panzerung und dann wieder hinter die Barriere Ja Und du musst dich beeilen, weil die Welle kommt immer Und die Wellen werden immer stärker, ne? Das ist klar Ja Ups Ich bin zu langsam Du musst rennen Komm zu mir Ich renne doch schon Weißt du wo ich bin? Ich hoffe es mal Das ist ne Beste Ich hab eine Und ich wurde angeschossen Ich komme Uli Hilfe Oh ich versuch's hier vorne Wo ist der? Kann doch noch nicht alles gewesen sein Aber da kommen noch welche Ne Hä Da hinten wird einer angezeigt Aber Oh scheiß Kamera Wow Leben die noch? Wir müssen noch welche kommen Wo ist denn die Weste? Ich hol mir den Ne Schau auf da hinten welche sind Sind bei dir welche? Ich hab zwei gemacht Oh ja Hier sind sie Nochmal links, oder? Yes Okay jetzt Zeug holen Joel Ja Mitigate Und dann Treffpunkt vorne, ne? Wo vorne? Oh ja an der Barriere wieder Du bist nicht da Ich komme Wie kann ich über die Barriere springen? Äh Weiß nicht wie's bei dir eingestellt ist Du spielst noch mit Joypad Äh Oder? Ah ja Okay die kommen Ah ich bin auf dem Boden Die kommen Huh Von hinten Übernehme ich Jo Okay Oh direkt an der neben uns Dann haben wir übersehen Muss kurz die Weste holen Überleb mal kurz Ich gehe in mein Bestes Oh Ja Ich bin tot Okay Shit darauf habe ich gar nicht mehr geachtet Das packst du noch Uli Das packst du noch Uli So So Und Und Ja Ja wir haben es noch gepackt Na ja Ich muss mir wieder Zach Sam suchen Oder Ich auch Nimm das am weitesten weg Dann nimmst du das nächste Was schon Ja die kommt die Welle Ist ja mal ne Ganz schön kurze Zeit Ja das muss ja auch actionlastig sein Renn schnell hinter wieder Zur Barriere Weil du weißt mehr können sie nicht kommen Oh jetzt kommt die Heli Ich muss den Heli kriegen Okay mach mal den Ey der Der Schluck der Oh shit Muss mal kurz die Weste holen Überleb mal kurz Ja Ich gehe mal in Bestes Boah das ist ne dicke Welle Ja Und da kommt noch mehr Wie geht's dir? Ja geht eigentlich wieder Was Ich hatte gerade noch die Hälfte Zwei nur noch Kann ich's riskieren Meinst du? Weiß nicht Komm raus Was zu gucken willst Ja Ja wir haben's Ich hab mir da nur viel gemacht Obwohl ich gar nicht mal so schlecht im Treffen bin Ist egal Ist egal Ich renne Du rennst halt echt Das machst du sehr gut Oli Ja Oh oh auto von hinten Mach ich Okay Okay Ja, mir geht's auch schlecht. Da drüben ist auch noch einer. Wo ladet man nochmal nach? Noch ein Auto. Ich renne dem entgegen. Da sind auch noch welche. Komme! Ja, wir haben es irgendwie hingekriegt. Boah, 5 sogar diesmal. Ich muss schnell Zeug holen. Ich auch. Ich nehme das am weitesten weg. Nimm noch eine Granate mit. Ja, das wird knapp. Oh, die kommt von der anderen Seite. Ja. Egal, ich kämpfe mir den Weg frei. Rambo. Hier, Weg ist frei. Du kannst kommen. Ja. Aber die hängen mir in den Nacken. Gib mir Feuerschutz. Nein! Ich bin neben das Medikind gefallen. Das war doch so knapp. Das war doch so knapp. Ja. 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 Ich bin mit. Ja. 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 Oh. Jetzt welche noch, ob da noch welche kommen? Mal schauen, ich gebe trotzdem mal gucken, was aber eigentlich nicht machen, aber. Oh, ich hab sie fallen lassen! Vorsicht von rechts, auch noch! Das war's! Nein! Rennen! Genau darum. Rennen! Ja, Felix! Ja? Mir egal, wie du willst. Drei Viertel! Ja! Bis gleich! Kann es sein, dass die festgepackt sind? Keine Ahnung! Ich muss halt mal in die Richtung! Ja, dann verlasse ich den Überlebenskampf! Hä? Echt? Ich geh mal gucken! Oh, das kann doch nicht sein! Ich glaub das ist ein Bug, oder? Ja! Wahrscheinlich keine Ahnung! Ja! 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 Die Hände echt auf den Fersen! Ja! 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 Na dir weg! Man down! Diesmal macht er es aber schief Scheiss Heli! brauchst du Hilfe? ne nicht mehr ah scheiße du bist tot ja du auch coole Sache man ja ah